15. Schrauben Sie das Radar an! 16. Schrauben Sie die Stange aus der Bremsschlauch ins Abollar. 17. Fixieren Sie die Steigungsfüllung. Verwenden Sie den Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Haken. 22. Entfernen Sie die Cockpitze von dem Stoßvang. 23. Schrauben Sie die Ratschmenschutzung an die Haken fangen. Reimliche Entschuldung des FL1-Gabelspufferspufferspufferspufferspufferspufferspufferspufferspufferspufferspufferspuffer. 5. Behandeln die Befestigungsspuffer und manיטversprechende Bremsschann. Klassigen Sie das Bremsscheid zu dem Schrauben des Schrauben vom Hälschen. 3. Reinigen Sie die Befestigungselemente. 4. Reinigen Sie den Befestigungsschlüssel. 25. Schrauben Sie die Stoßdämpfer an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Schrauben Sie die Stoßdämpfer. 19. Schrauben Sie die Drahtbürste erfolgen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 9. Entstehen Sie einen Ratschenkel. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Re Jingle H7, Verwenden Sie einen Drehmomentbruch. ies How進 Ezeigt他們 AUTODOC knot tut. 8. Schrauben Sie die Schnittstelle an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 9. Reinigen Sie das Schraubenbürste. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 5. Entfernen Sie die Stoßpreis und die Anbимсяlinke die K Bis zum nächsten Mal.